und x doch God of darkness, first in the world. Bevor wir uns versahen, waren wir über Südamerika, im Auftrag einer Behörde, die wir nicht nennen durften, mit einem Vorgesetzten, der Einheiten wie uns tagtäglich in den Tod schickt. Technisch gesehen hatten wir mehr Glück denn je. Dieser Aguirre ist also ein hohes Tier vom CIA, das hier allein unterwegs ist. Er fällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Hey, Flynn, richtig? Wann kommen wir an? Flynn? Mr. Pilots, ja? Komm schon, Mann. Ach, scheiße, Mann. Ich hab nur... Augenblick, Mann. Ich hab meine Kippen verlegt. Moment. Scheiß Dienstage, Mann. An Dienstagen läuft nie irgendwas rund. Wann sind wir denn endlich da? In ein paar Minuten. Oh, was haben wir denn da? Panzerfaust! Panzerfaust! Hab ich gesehen? Was haben wir das denn? Diese billigen russischen Panzerfäuste sind einfach, Mann. Wäre das der Champion gewesen, hätte ich was echt riskantes machen müssen. Könntest du uns zur Landezone bringen, bevor ich noch was richtig riskantes machen muss? Kein Problem. Du bist der Boss. Zentrale hier Ghost Rider. Bestätige Absetzung von 6449. Und da werden wir abgese---- ...weir... ...hier... ...hier. ...hier. ...hier hat sich nicht verliebt. ...hier. 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 das ist das ist Könnte unser Mann gewesen sein. Geübter Schütze, wenn ihr mich fragt. Niemand hat dich gefragt. Kommt jetzt da schon vor und fünf Meter abflanzten. Na lang. Kommt mal, da ist da auch noch. Ist ja ganz schön was los. Ich schätze, einige davon sind der Warriors-Mann. Zwei Leichen. Mehr nicht. Wieso? Wir verschwenden unsere Zeit. Wartet, wartet mal. Scheiße Mann, der Typ ist mausetot. Können wir hier auf dem Präsentierteller auf CSI New Jersey warten, die uns dann sagen, was wir eh schon wissen? Aguirre lebt noch. Ansonsten hätten sie die Leichen hier weggeschafft. Ja, ein Hinweis. Das passt zusammen. Also los geht's. Fluss aufwärts. Okay. Sax Flynn. Flynn ist weg, Hex. Das wird ja besser und besser, hm? Wir haben Gesellschaft. Ja, und da bekommen wir Besuch von bösen, bösen Leuten. Fuss, Soldaten, um 12 Uhr. Verstand, verstand. Oh. Wow, das ist gut. Weg. Und das war ein Multi-Kill. Entschüss, Entschuldigung. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Oha Oha geil Was ist denn das? Nein Oha Pricht die Schildkropp rein gegangen Ich weiß nicht, was ich hier ist, was ich hier ist, was ich hier ist. ah 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 bisous ah 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 Was? Wo seid ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Wo? Was? Nein! Ich glaube, man muss das... mit dem Kanadenwerfer Sammlerobjekt und also das nein Nein war es Elisabeth Klapp das tut was ist das denn meine geschehen ja geht auch ja weil sie es können ich dachte nein ich habe diese Schrotflikte muss ich jetzt Boot fahren Ich hab noch nie Boot gefahren. Die Mafi sind lustig. Halt ihn einfach auf die Auge. Aber die Sache, wenn ich da warte. Glaubst du, Brainboard sagt uns alles? Woher soll ich das wissen? Ich bin Soldat. Kein Special Ops. Nein. Ich mach noch meinen Job. Okay. Das war nicht hier. Ganz an, wir marschen. Schau. Wenn die Typen von eben Harad nicht erst grüßt, dann kommt jemand zu bezahlen. Von wem. Das ist die Frage. Schöne Natur, echt. Finde ich. Jetzt gilt bitte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Schade, dass es gewittert hat. Ja, da oben. Leute. Ja. Warum beobachten wir uns? Ja. Ja. Der Bus ist aufgesehen worden. Hier vorne ist man. Der Bus bewegt sich, seht ihr? Nein, die Leiden. Ja, ja, ich bringe euch hier raus. Da! Ja, das stimmt. Da waren doch gerade nur welche in den Büschen. Diese dummen Buschmänner immer. Ah! Was ist das denn? Scheiße. Ich hab auch nur noch 20 Minuten Zeit. Ja, da, 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 da. Da warten wir wieder. Suchen wir mal ein Ort, den wir und schießen nicht auf die Einheimischen. Ja. Das können wir ja alles nachlaufen. Ja, von mir! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Dankeschön! Anhalt Pete Hatch Sisek. Ja, nein! Ja! Ja, Fabri Ot gabe!